Hallo, liebe Pölers-Bande und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe BVB Newsflash. Das Trainerteam von Borussia Dortmund ist fix und komplett und Edin Terzic hatte schon mal vorzeitig Weihnachten, denn er bekommt seine Wünsche erfüllt. Komplettieren tun das Trainerteam Sebastian Gebhardt und Peter Herrmann. Und während es bei Sebastian Gebhardt relativ schnell klar war, dass er wieder ins Trainerteam von Edin Terzic zurückkehren wird, weil er da auch war, als Edin Terzic Borussia Dortmund interimsweise trainiert hat, so sah es bei Peter Herrmann erstmal nicht danach aus, denn er stand bei der U20 des DFB in Lohn und Brot, aber hat da jetzt die Freigabe bekommen und erhält bei Borussia Dortmund vorerst mal einen Jahresvertrag und danach setzt man sich dann auf jeden Fall nochmal zusammen und guckt, wie es danach aussieht in der Zukunft, aber für das eine Jahr ist Peter Herrmann erstmal im Trainerteam des BVB. Das war auch der ausdrückliche Wunsch von Edin Terzic persönlich, denn neben dem BVB-Stallgeruch, ja jetzt mit eben Edin Terzic und Sebastian Gebhardt, bringt Peter Herrmann absolut Expertise mit und Erfahrung mit und ja, er hat über 1000 Spiele in der 1. Bundesliga und 2. Bundesliga auf dem Buckel und ja, ist so erfahren wie kaum ein anderer, hat auch schon die größten Titel gewonnen, unter anderem als Assistent von Jupp Heynckes bei den Bayern, wie wir als Borussia Dortmund-Fans leidvoll wissen und jetzt zuletzt hat er auch den Blauen beim Aufstieg geholfen, aber das nehmen wir dir nicht übel, Peter, denn du hast immerhin mit dafür gesorgt, dass wir jetzt wieder ein Derby haben und sichere 6 Punkte und außerdem bist du jetzt beim besseren Verein, von daher passt das schon herzlich willkommen beim WVB und schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ihr der Meinung seid, dass diese Konstellation bei Borussia Dortmund so passen kann. In meinen bescheidenen Augen ist es auf jeden Fall eine sehr gute Konstellation, denn Stallgeruch durch Geppi und durch Edin Terzic haben wir jung, dynamisch, frisch und absolut geballte Erfahrungen mit Peter Herrmann, der wirklich vom Fach ist. Ich glaube, dieses Szenario kann erfolgsversprechend sein, aber schreibt es gerne mal in die Kommentare. Während der BVB das Trainerteam der Profis vervollständigt hat, sagt ein Trainer auch Adios bei Borussia Dortmund und zwar handelt es sich um Enrico Maaßen, der 38-jährige Trainer von Borussia Dortmunds Amateuren aus der 3. Liga, sagt Ciao, Ciao, Bye, Bye und schließt sich dem FC Augsburg in der Fußball-Bundesliga an und es ist seine erste Trainerstation im Oberhaus, die er sich aber auch mit der Leistung bei unseren Amateuren redlich verdient hat. Weil er aber eben bei uns noch in Lohn und Brot stand, wird auch eine Ablöse für den FC Augsburg fällig und wie man von den Ruhrnachrichten so gelesen hat, beläuft sich diese Ablöse auf eine mittlere sechsstellige Summe. Allerdings kommen da dann wohl auch noch erfolgsabhängige Boni-Zahlungen zu. Ja, natürlich ist es schade, Enrico nicht mehr bei Borussia Dortmund zu haben, ganz klar, absolutes Trainertalent, aber er hat es sich auch verdient, sich eben in der Bundesliga präsentieren zu dürfen. Von daher heißt es nur, viel Glück, Enrico und wir gönnen dir, glaube ich, alle Punkte, die du holen kannst mit Augsburg, außer die gegen Borussia Dortmund. Und ein weiterer Abgang steht bei Borussia Dortmund möglicherweise kurz bevor. Allerdings wäre das wahrscheinlich ein Abgang, den Borussia Dortmund befürworten würde, denn der Spieler darf dem Vernehmen nach den Verein auch sowieso verlassen. Die Rede ist von Linksverteidiger Nico Schulz. Und ja, da gibt es wohl erstes Interesse aus der Serie A aus Italien. Lazio Rom hat da wohl die Fühler mal ausgestreckt. Nico Schulz hat zwar noch Vertrag bis Sommer 2024 bei Borussia Dortmund, aber so wirklich warm ist man eben nie geworden. In drei Jahren bei Borussia hat er 64 Einsätze mit einem Tor und drei Torbeteiligungen, also drei Torvorlagen. Aber so wirklich gut war die Leistung von Nico Schulz eben nie. Und deswegen darf er den Verein wohl auch verlassen. Und wie gesagt, obwohl er den Vertrag bis 2024 bei uns noch hat, würde der BVB wohl sagen, alles gut. Einen Marktwert hat er aktuell von nur noch 6 Millionen Euro. Das heißt, er wäre relativ günstig und der BVB sicherlich daran interessiert, ihn abzugeben, damit man eben einen Kaderplatz und auch Gehalt frei bekommt. Ich würde mir persönlich sehr wünschen, dass dieser Transfer vielleicht zustande kommt. Ich kann mir vorstellen, als halber Italiener passt er vielleicht auch in die Serie A. Die spielen auch gerne mal mit einer Dreierkette und mit Schienenspielern. Vielleicht würde er sich da definitiv besser zurechtfinden, als es bei Borussia Dortmund der Fall ist. Und von daher wäre das eine Win-Win-Situation für den Verein, aber auch für den Spieler, der ja mit seiner eigenen Situation so auch nicht zufrieden sein kann, aus sportlicher Sicht. Von daher würde ich mir einen solchen Transfer definitiv wünschen. Ihr könnt ja mal reinschreiben, ob ihr der Meinung seid, ob ein Nico Schulz in die Serie A zu Lazio rumpassen würde oder nicht. Borussia Dortmund und die Stürmersuche. Das ist die Never-Ending-Story bisher, dass Erling Haaland uns verlassen wird und sich Man City anschließen wird. Das ist klar, das wissen wir. Aber wer der Neue bei uns werden soll, das wissen wir eben noch nicht. Gehandelt werden bisher Alea und Kalajic. Das sind so die heißesten Kandidaten gewesen. Jetzt ist allerdings auch ein neuer Name aufgetaucht im Dunstkreis von Borussia Dortmund. Und die Rede ist vom 23-Jährigen Gianluca Scamacca. Der spielt aktuell in der Serie A bei Sassuolo. Und der 1,95 Bulle vorne drin hat zuletzt seinen Vertrag bei Sassuolo auch erst verlängert bis 2026. Nichtsdestotrotz weckt er eben Begehrlichkeiten und weckt er Interesse. Nicht nur von Borussia Dortmund, so ist zum Beispiel auch von der Insel Arsenal London interessiert. Borussia Dortmund aber wohl eben auch. So liest man es. Und ihr könnt ja gerne mal schreiben, ob das einer für Borussia Dortmund wäre. Auf jeden Fall ist es wirklich ein Sturmtank. Eben alleine wegen der Physis und der Körpergröße ist es definitiv einer, der an den Typen Erling Haaland erinnern würde. Und er wäre aber nicht so ganz günstig. Der Marktwert aktuell beläuft sich auf 30 Millionen. Und er hat eben noch langfristigen Vertrag auch in der Serie A. Das heißt, um den da loszueisen, müsste man ein paar Scheinchen in die Hand nehmen. Ist das wert oder nicht? Ihr könnt es ja mal kommentieren. Ich finde ihn tatsächlich ganz interessant. Finde, er würde vom Spielerprofil her definitiv reinpassen bei uns. Aber ob er es wird oder nicht, ob es Haller wird, ob es Kalajic wird, ob es jetzt eben Skamaka wird oder jemand ganz anderes, steht noch in den Sternen. Er ist eben aber als weiterer Name bei uns in unserem Dunstkreis aufgetaucht. Und deswegen wollte ich euch darüber natürlich auch informieren. Wenn euch der kleine, aber feine Newsflash gefallen hat und ihr jetzt wieder ein bisschen besser informiert seid, dann würde ich mich gerne über einen Daumen nach oben auf dieses Video freuen. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr in Zukunft nichts mehr. Ich wünsche euch noch einen schönen Resttag, schönen Abend, schönen Morgen, wann auch immer ihr dieses Video seht. Wünsche euch auf jeden Fall eine gute Zeit und sage bis zum nächsten Mal, euer Toxi.